Was geht, Freunde, in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hä? So. Es sind mehrere Kämpfe. Ich hab mich jetzt schon gewundert. Alter, hier geht's ab. Man könnte glatt denken, das ist der finale Kampf. Was war denn das, Alter? Was war denn das, Alter? Oh, der ist geil. Was hat das für einen Sinn? Ach so, weil er sich die Waffe wieder geholt hat, wa? Äh, ja, das bringt... Oh! Das ist mal eine Doppelrank-Waffe. Die brauch ich. Oha. Oha. Oha, er hat einfach widerstanden. Was hat das überhaupt mit dem roten Licht auf sich? Ohohoho, der wurde ja vollkommen gerippt. Ohoho, der hat einfach die Atomexplosion. Eine halbe Atomexplosion. Oh. Hätten sie nicht noch 10 Sekunden gewartet, sondern sofort nach der Explosion wieder draufgehauen, dann hätte er nicht hinkommen können. Oh, lebe dies, gebe dies. Oha, jetzt... Boah, Alter! Es fehlt eigentlich bloß noch, dass die jetzt Weihnachtsmützen haben. Alter, übertreib halt komplett! Was geht denn mit dem, Alter? Aus welcher Zeit kommt denn der? Okay, das war mal ein geiler Kampf, Alter. Also, der hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Das heißt, der finale Kampf muss noch krasser werden. Bis zum nächsten Mal.